Und jetzt haben wir hier einen epischen oder besseren Skin, also es wird jetzt wirklich spannend, Freunde. Wir spielen heute mal wieder nach einer längeren Zeit Stumble Guys, das habt ihr euch gewünscht. Und wir werden uns im heutigen Video den Stumble Pass einfach mal holen. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin gespannt, was wir hier so bekommen. Hier bekommen wir einen epischen oder besseren Skin. Jetzt wollen wir mal auf den Fang. Und wir sehen hier schon einmal, das Glücksrad dreht sich hier. Oh Gott, kommen wir vielleicht mit Spezialen. Bitte Spezial, gönn, 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 gönn. Legendär, ich... Nein! Es war so nah, egal, gut. Egal, wir haben den T-Rex bekommen. Machen wir weiter hier, gewöhnlich oder besser. Mal gucken, ob wir hier was bekommen. Und, 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 und. Das sieht aber auch aus ungewöhnlich wahrscheinlich. Ja, nein, ist sogar gewöhnlich nur. Ja, okay, nicht das Allerbeste. So, machen wir weiter, 30. Wir bekommen 100 Juwelen schon mal. Okay, sehr schön, Leute. Zack. Ihr könnt ja mal euren besten Skin in die Kommentare schreiben, Leute. So, jetzt haben wir hier noch die Spot-Animation. Noch mal ein paar Juwelen am Start. Machen wir weiter hier. Zack. Summbl-Token holen wir uns natürlich auch ab. Ist ja ganz klar. Äh, habe ich mir schon abgeholt? Okay, keine Ahnung, warum. Das spinnt dann wohl ein bisschen die Anzeige. So, zufälliger Skin oder besser? Oh ja, bitte, 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 Leute. Ich will unbedingt mal ein Spezial-Skin haben. Bitte gönn, 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 gönn. Und, legendär? Ach, es wird mir seltener. Es wird mir seltener. Ja, das war klar. Egal. Wir haben die Stumble Witch bekommen. Was haben wir jetzt hier unten für einen Skin? Wir bekommen hier einmal... Bleibt spannend, Freunde. Legendär! Oh, nein. Eben. Ne, selten sogar, ne? Ja, ist nicht so klar. Uns wird einfach nicht gegönnt. Ein Duplikat. Egal, konvertieren wir. Wir weiterholen uns hier so einen Daumen nach unten im Mode ab. Weiter geht's. Hier Stumble-Token haben wir noch am Start. So ein Alien-Skin oder besser... Selten oder besser, wollte ich sagen. Jetzt bin ich gespannt. Komm, 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 komm. Legendär, gönn. Bitte. Oh, episch, oder? Ja, episch. Ist nicht schlecht. Scratchy haben wir. Alles klar. Machen wir weiter hier. Zack. Fußabdrücke haben wir bekommen. Ähm, weiß nicht. Zack. Machen wir erstmal den Gewöhn. Und ich muss den hier unten. Also gewöhnlich oder besser, muss man dazu sagen. Legendären Skin habe ich schon gesehen. Ist am Start. Löwe war auch am Start, habe ich gesehen. Aber wir bekommen den epischen... Na, ungewöhnlich. Ist ja klar. Den Cyberpunk. Okay. Weiter geht's mit selten oder besser. Ich sehe auf jeden Fall schon mal legendäre Skins. Aber keinen Spezial-Skin. Und es könnte legendären werden. Es wird ein legendärer. Wuhu, Leute. Sehr nice. Valkyrie haben wir bekommen. Sehr, sehr nice. Sehr schön. Okay. Dann Stumble-Token. Weiter geht's. Jetzt, zack. Äh, einmal die Animationen holen wir uns ab. Selten oder besser nochmal am Start. Ich bin gespannt, Leute. Was bekommen wir? Vielleicht sogar noch den legendären. Zwei legendäre habe ich gesehen. Drei legendäre habe ich gesehen. Ah, es wird ein seltener. Okay, den haben wir, glaube ich, schon. Genau. Den haben wir leider schon. Weiter geht's. So, selten oder besser. Oh, Leute, Leute, Leute. Bleibt spannend. Und wenn euch solche Videos gefallen, wie gesagt, nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen, zu abonnieren. Und wir bekommen, ich sag selten. Selten, oder? Ja, ein epischen sogar, ein epischen. Aber haben wir schon. Egal, konvertieren wir. 100 Juwelen bekommen wir. Okay, let's go, Leute. Let's go. So, gewöhnlich oder besser haben wir am Start. Legendären-Skin habe ich schon gesehen. Gönn, 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 gönn. Nee, das wird es nicht. Das wird es leider nicht. Schade. Um einen Platz. Meiner Georg, Georg, wie man es nennen möchte. So, Spott-Animation haben wir am Start. Okay. Zack. Und jetzt, okay. Machen wir erstmal Emotes. So ein Totenschädel-Emotes. Dann selten oder besser. Leute, gönn. Das muss jetzt ein Spezial-Skin werden. Bitte. Bitte, 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 bitte. Und, 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 und. Nee, es wird selten. Es wird selten. Neben, neben. Naja. Streamer Sophia. Okay, weiter geht's mit der Streamer Sophia. Hier noch so eine schöne Animation. Dann gewöhnlich oder besser. Machen wir mal weiter. Und hier haben wir einfach mal. Was bekommen wir? Gönn, 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 gönn. Komm, 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 komm. Es wird der seltene. Es wird der seltene. Ja, ich hab's gesagt. Der Pinguin. Willi Pinguin. Okay. Selten oder besser. Haben wir allerdings auch noch am Start. Und ich habe keinen Spezial-Skin gesehen. Es läuft darauf hinaus, dass wir einen legendären. Komm, 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 komm. Duplikat. Egal. Konvertieren wir. Weiter geht's. Jetzt noch mal ein paar Stumble-Tonkens am Start haben wir hier. Dann hier auch noch mal. Ein paar Juwelen am Start. Hier auch noch mal. Okay, okay, okay. Dann geht es hier weiter. Wir bekommen einen seltenen oder besseren Skin. Und es wird einfach mal der seltene, sag ich, oder? Na, episch sogar. Okay. Na ja, gut. Haben wir schon. Weiter geht's. Zufällig. Zufälliger Skin. Selten oder besser. Und was bekommen wir da raus? Wir bekommen... Ich bin echt gespannt, Freunde. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich bekomme einen seltenen, oder? Ja, einen seltenen wird's. Na ja, gut. Konvertieren wir. Zack. Weiter. Und noch mal ein paar Juwelen holen wir uns ab. Und wieder einen gewöhnlichen oder besseren Skin haben wir hier am Start. Und es ist oder wird einfach mal der ungewöhnliche, ne? Ja, okay. Der ungewöhnliche haben wir nicht. StumbleMage. So, 30 wieder. Selten oder besser. Also, aktuell, die Aufbeute ist noch ein bisschen mager, muss ich sagen. Immerhin haben wir schon mal einen legendären heute gezogen. Haben wir das? Wir haben... Haben wir. Oder? Ich bin grad lost, Leute. Ich bin grad lost. Einmal alle Hashtag Lost in die Kommentare. Egal. So, weiter geht's. Stumble-Token. Fußabdrücke holen wir uns ab. Und dann geht's hier nochmal weiter mit dem seltenen oder besseren Skin. Und es wird bitte... Komm, gönnen. Einen Spezial-Skin. Gönnen einen Spezial-Skin. Ich will doch nur einen einzigen haben. Nein, es wird mir seltener. Egal. Weiter geht's. Und nochmal ein paar Juwelen. Und hier Fußabdrücke. Zack. Weiter geht's. Hier nochmal ein paar Juwelen am Start. Und selten oder besserer Skin. Leute. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Und gönnt uns das Glücksrad auch. Das wäre natürlich der Hammer. Aber ich glaube, es wird selten, ne? Ja, episch. Okay, es wird episch. So. Weiter geht's. Und zack. Hier geht's weiter. Und mal einen gewöhnlichen oder besseren Skin. Legendär hab ich auch schon gesehen. Und es wird tatsächlich der... Ich sag der epische. Oder? Na, gewöhnlich. Okay. Der Fireman. Fireman Torch. Okay. Ja. Weiter geht's. Und wir sind auch schon relativ weit. Also fast sogar am Ende, Freunde. Das Sumble-Token nochmal abholen. Genau. Und jetzt haben wir hier einen epischen oder besseren Skin. Also es wird jetzt wirklich spannend, Freunde. Jetzt müssen wir einen epischen oder besseren Skin bekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt den Spezial-Skin bekommen. Und let's go. Mal gucken, was geht. Episch oder besser. Gönnen. Bitte. Gönnen. Gönnen. Spezial ist am Start. Spezial ist am Start. Aber wir bekommen den epischen, ne? Ja. Es ist so klar gewesen. Und sogar noch ein Duplikat, ey. Ich krieg die Krise, Freunde. Egal. Nichtsdestotrotz. Weiter machen wir noch. Wir haben noch einmal jetzt das 30er-Emote. Andere Spieler hinauswerfen. Okay. Und hier auch nochmal einen zufälligen Skin. Also selten oder besser. Vielleicht haben wir ja jetzt nochmal Glück. Auf Level 30, Leute. Gönnt uns der Sumble-Pack auf Level 30. Was Gutes. Und... Nein, das wird nicht legendär. Das wird nicht legendär. Es ist einfach zum Kotzen, Leute. Es ist einfach zum Kotzen. Warum werde ich hier so bestraft? Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt den kompletten Stumble-Pass durchgekauft. Und ich habe sogar noch die Möglichkeit, hier im Shop auch nochmal was zu drehen. Also kostenlos hier einen Preis abzuholen. Deswegen machen wir das nochmal ganz schnell. Glück ist gerade würdig gedreht. Und wir bekommen... Was bekommen wir? Ja, wäre natürlich zu schön, hier einen legendären zu bekommen. 15 Juwelen bekommen wir. Auch okay. Dafür, dass es kostenlos ist, darf man nicht vergessen. Und weil wir schon dabei sind, drehen wir auch nochmal zweimal hier den epischen Skin. Komm, komm, wir machen einfach mal sofort mal zwei... Ne, wir machen zweimal einzeln. Wir machen zweimal einzeln. Und jetzt gucken wir mal. Gönnt uns jetzt das Ganze. Gönnt uns das bitte, 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 bitte. Spezial-Skin legendär. Nein, ich beschwert uns mal wieder. Und noch ein Duplikat. Okay, ein letztes Mal, Freunde. Ein allerletztes Mal. Mal schauen, ob wir jetzt was noch rausbekommen. Ein Prozent für ein Spezial-Skin. Ist nicht hoch, aber auf jeden Fall auch nicht unmöglich. So, bitte, bitte, bitte. Ich habe das nicht gesehen. Bitte, hast du gesehen? Bitte, gönnt, 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 gönnt. Komm, alle guten Dinge sind drei, Leute. Alle guten Dinge sind drei. Noch ein einziges Mal. So, zack. Letztes Mal. Jetzt aber letztes Mal. Und... Gönn, 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 gönn. Es kann doch nicht aus. Dann noch etwas Doppeltes. Okay. Gut, Leute, wenn ihr noch ein weiteres Opening sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann mache ich mehr StumbleGuys-Videos. Bis dann und ciao, Leute.